bitte laut schreien wenn ihr irgendwo hängen bleibt weil die erste tür die ist schon offen ach das war das mit diesen blöden geistern ja ich habe hier wahrscheinlich ich müsste das buch gleich noch mal kommen ja das da hinten geht einfacher dann müssen wir nur noch zwei schnell hoch und ja ich weiß so müssen wir noch mal machen ich hab einen Bogen ich hab einen Bogen ja nicht dass ich heimlich da hingelaufen wäre wo du Gott warst wenn man übrigens hinter die Waffenständer springt greifen die Geister nicht an ich hab den zweiten Bogen ausgerüstet dann brauchen wir nur noch auf der rechten Seite würde ich beim mittleren aber weiter probieren weil irgendwann muss da ja mal was kommen was habe ich denn hier brauchen wir noch einen Bogen? ich muss mal auf der linken Seite gucken achso ok mein Waffenständer ist schlecht da ist irgendwie nichts drin ich habe mich wehren rechte Seite ist fertig was fehlt links noch ein Schwert hab ich ich komme ja ja dann können wir alle schon mal zur Tür laufen nächster Raum vier Platten oben rechts zwei links zwei müssen wir uns raussteigen dann geht die Tür auf links ist schon also müssen wir noch rechts hoch kennt jemand von euch einfach Emotes wir brauchen jemanden der gut die Mots erkennt wir haben bei uns auch einen Glitter zu ist offen wir machen wieder zwei Gruppen also zwei Mann immer ihr will nach oben Arne gehst du wieder wir sind aber elf das heißt wir sind ja alleine ich mache dann einen alleine wo bist du Kevin hast du gesagt also ich würde jetzt wieder wenn man durch die Tür kommt Minimap rechts oben gleich was muss man hier denn überhaupt da macht er ja muss sich vor so einen Vorgang stellen alle müssen zeitgleich unten den Vorgang öffnen das Emote was man drinnen sieht schreiben wenn alle sechstes richtig gemacht haben müssen die äußeren sechstes nochmal eingeben 3 2 1 ziehen ja 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 aber die oberer Seite ist fertig und wir haben hier noch Arne Könnt ihr mal alle zur Tür laufen? Außer alle? So, jetzt alle Gibt's da zu lachen, Sensi? Was treibt ihr zwei da? Nichts Jaja Ich würde hier nicht weiter gehen, wenn ich alleine wäre Nicht, dass man aus Versehen noch das Event startet Das habt ihr dann angestellt hier Nichts Guck mal, das geht gar nicht an Geht er rüber? Lass mir, wenn ich drauf muss Ich bin drauf Ihr seid hier drauf So Wer noch? So Zwei Leute bleiben oben stehen Eine Person bleibt hier stehen Auf der Schalltafel Es kommen aber auch Ads, die ziemlich viel damage machen Und auf der anderen Seite hier Ist auch eine Steinplatte Da muss ein zweiter stehen Am besten welche, die die Bogenschützen hier schaffen zu töten Geh rauf, ja? Ja, geh mal rauf Geht nochmal beide runter und nochmal rauf Oh ne, es geht schon Dann kommt nämlich dieses Wasser runter da hinten Und treibt das Rad unten an Das anfängt zu rauf Und dann wird in der nächsten Etage das Gift entfernt Dann runter fallen Schleime töten Und dann dieses Getriebe, das hackt da An der Stelle Müssen wir so lange schmieren bis es ähm Funktioniert Dieses Getriebe Ja, in meiner Gruppe habe ich es markiert Hehehe Ach da Wieso habe ich da immer noch einen Schleim hinterher? So, jetzt runter Ich muss den niesen, ich muss den niesen Der ist unhängig Sinti, du nicht Die, die ganz oben sind, bleiben so lange drauf, bis wir fertig sind Bleibt in der mittleren Ebene nicht auch einer, der noch weiter schmiert? Genau Keine Ahnung Dann, wenn einer noch in der Mitte ist, bitte weiter schmieren Das ist auch hier die wichtigste Aufgabe Das sind Level 9 Möpse Ja, ihr seid ja auch Level 9 Die ganzen Materialien vorne schön an die Ramme immer ran Wo ist denn die bekloppte Ramme? Die Ramme nach der Tür von Hier, dieses etwas hier Wo? Da wo ich stehe So Da in der Mitte, alles klar Die erste Stufe ist schon fertig gebaut Und wenn ihr nachher runter springt, bitte Etage, vier Etage springen Achso, stirbt man ansonsten Ja Hä? Hier sind genug Bauteile da Man muss immer andere nehmen Gibt drei verschiedene Sorten irgendwie Okay Musst mir auch noch weiter geschmiert werden Mach mal vorsichtshalber Ja Okay Ob's sonst ausgeht hier unten So, Ramme sieht fertig aus Fertig aus? Okay Ja Ja, alle runter Ich auch Ich auch Alle 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 Auch die auf dem Knopf Alle Die sind quasi fertig Alle Alle Ja Wir sind alle Und Nicht in acht Minuten Boah Boah Diese doofe Truhe Was hast du drinnen? Für eine Sekunde, ne? Für eine Sekunde, du siehst so das Bild Ja Ja Prä vom Verbrenner Oh doch Ja Du hast es irgendwie mit den Skins Ja Wären die nur noch was wert Dann Ne Wo seid ihr? Das war Da wo ich bin Unten Die Truhe anklicken Anschließend Die Statue zum Haus kommen Ich bin WhiteBunch